Mein Name ist Hans-Eck Stadelmann, ein Privileg heute mit dir anzusehen, Halleluja. Könnt ihr euch noch an die Davidserie erinnern? Ja, ja, es geht weiter mit der Davidserie, Halleluja. Mögt ihr noch, David, wer hat profitiert bis jetzt von David, können lernen? Ja, einige, doch, ja, haben wir gelernt, wie wir Gott dienen können. Und der David wird im Wort Gottes zweimal den Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Das ist einzigartig. Und hast du gewusst, dass jeder König nach dem David, und das war ja der zweite König, Sal, David, jeder König ist nachher am David gemessen worden. Er hat wirklich die Messlatte gesetzt und Gott hat nachher gesagt, er ist in den Weg von seinem Vater David gelaufen, oder er ist eben nicht in den Weg von seinem Vater David gelaufen, sondern vielleicht zum Beispiel im Jerobeamsweg. Und somit ist der David ein riesen, riesen Vorbild. Und heute möchte ich mit euch, möchte ich mit dir über das Wesen und den Charakter von Gott reden. Wir haben jetzig die Hammer-Serie gehabt, 4th Generation. Dann haben wir den Hammer-Preach gehört von Miriam. Und dass wir als Jünger berufen sind, die Generationslinie zu bauen, das hat mich wirklich extrem gefreut, wie das bei euch angekommen ist. Und ich kann euch sagen, ich bin richtig froh, bei jedem, was noch nicht angekommen ist. Ich danke dir, dass du dir noch ein bisschen Zeit lässt. So haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Weil es wird dich auch noch erfassen. Weil es ist der Weg vom Reich Gottes. Von Generation zu Generation. Und es ist zu lange unentdeckt gewesen in den Kirchen. Und man hat eben so eine Situation gehabt wie heute, Pastor und die Gemeinde. Und wir wollen das sprengen. Mit allen Mitteln. Und ich habe mein Leben dem hingegeben. Und mich freut es, wenn du unterwegs bist. In dieser Vision. Aber wie gesagt, lass dir Zeit. Weil es braucht dein ganzes Leben, es braucht deine ganze Hingabe. Du wirst deine Prioritäten neu müssen ordnen. Du wirst dein Zeitfenster neu müssen ordnen. Und in all dem Sinne wirst du entdecken, dass das Wort wahr ist. Traktet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dies alles wird euch zufallen. Ich arbeite locker sechs Tage in der Woche. Ich zähle die Stunden nicht. Wenn du dein Leben in andere Menschen investierst, in Generations, wenn du siehst, wie die aufstehen und anfangen zu selber umsetzen, sind auch deine Bedürfnisse gestillt. In welcher Form kann ich dir nicht sagen, aber am Beispiel von David finden wir heraus, sie werden gestillt. Ja, und darum reden wir heute über den Charakter und über das Wesen von Gott. Halleluja. Bist du bereit? Ich freue mich so. Ich freue mich so. Ja, wie gesagt, alle Könige nach dem David sind an ihm gemessen worden, weil er ein Mann nach dem Herz von Gott gewesen war. Und der David hat rund um das Jahr 1000 vor Christus, noch einmal ganz kurzer Hintergrund, wir sind rund 1000 Jahre vor Jesu Geburt, ist der David König geworden in Hebron. Aber vorher ist er wie ein Floh vom König Seld und die ganze Bergwelt von Judah gehetzt worden. Er ist verfolgt worden, ihm ist das Königtum verwehrt geblieben. Aber er hat etwas gemacht gehabt. Er hat das, was ihm zugestanden ist, nämlich die Krone von Israel, das Königtum, hat er nicht mit eigener Macht an sich hergerissen. Könnt ihr euch erinnern? Und das zeichnet ihn extrem aus. Und wie viele Menschen haben Sorgen und Nöte in ihrem Leben, weil sie einfach ihre Hand auf etwas geleitet haben? Zack! Das brauche ich, sei es ein Mann oder eine Frau, sei es Geld oder ein Job. Grosse Not. Wenn du Sachen selber organisierst an deinem Leben und Sachen zu dir reissen tust, wo vielleicht sogar dir zustimmt. Aber von David lernst du, dass du Geduld musst haben und das Timing von Gott abwarten. Wie schrecklich wäre mein Leben rausgekommen, hätte ich die falsche Frau geheiratet. Das wäre schlimm gewesen. Ich hätte niemals so schöne Kinder gehabt. Nein, es wäre schrecklich gewesen. Und ich bin im Fall nah dran gewesen, weil ich mich in eine andere Person verliebt habe. Da hatte ich Anita noch gar nicht gekannt. Aber Gott sei Dank hatte ich Gnade, loszulassen im richtigen Moment. Und auf das zu warten, was Gott für mich hat. Amen. Amen. Das lerne ich von David. Er ist, wie gesagt, König geworden in Hebron mit 30 Jahren. Viele Parallelen zu Jesus. Er hat sieben Jahre regiert und mit 37 Jahren ist er dann auf Jerusalem eingezogen. Die Königstadt, die Stadt Gottes. Und hat nochmal 33 Jahre regiert, insgesamt 40 Jahre. Und in diesem Kontext, also David ist jetzt in Jerusalem, seine Herrschaft ist gesichert, es ist eigentlich alles super, es läuft alles gut. In diesem Kontext kommt die Botschaft von heute Morgen, in der nämlich David möchte Gott einen Tempel bauen. Halleluja. Lass uns in die Geschichte eintauchen, 2. Chronik, Kapitel 7. Und es geschah 2. Samuel. Danke. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor all seinen Feinden ringsumher, da sprach der König zu dem Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedenholz, aber die Lade Gottes wohnt unter den Teppichen. Bundeslade haben wir in der Vergangenheit angeschaut, wenn ihr den Begriff nicht sagt, hast du die Möglichkeit, in die Serien zu hören. Das war der Ort, wo die Gottesherrlichkeit gewandt hat. Und es war die Stiftshütte, die sie angefertigt haben nach dem Plan von Gott. Und Bundeslade hat immer noch unter den Teppichen gewandt, weil die Stiftshütte war aus dem Teppich. Und der David hat im Tempel gewandt. Und er schaute so und sagte, hey, mir geht es gut, mir geht super, schau mal an, wie es mir gut geht. Mein schönes Holz, meine schöne Wohnung, mein schönes Land, meine schöne Frauen, hätte er können sagen, er hat ja mehrere gehabt, meine schönen Kinder, meine schönen Tiere, mein schöner Gott, aber wo wohnt er? Er wohnt unter dem Teppich. Und das hat ihm nicht gepasst. Und dann ist er zu Nathan gegangen, sein Prophet. Und Nathan sagt ihm Folgendes, hey, geh hin und tu alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Also Nathan hat geschnallt, David hat einen Plan, er möchte etwas machen für Gott. Und er hat ihm gesagt, hey, schau Gott, ich soll mit dir, mach und geh, was immer du gut findest. Und da ist die erste Lektion drin. Nämlich, David hat einen Plan gehabt, er wollte Gott einen Tempel bauen. Und er war schlau, er hat das nicht einfach eigenmächtig gemacht, sondern er ist zu seinem Propheten gegangen. Und er hat einen Rat geholt von seinem Propheten, obwohl er ein König war und auf niemanden musste hören, war er doch so demütig genug, dass er zu seinem Propheten gegangen ist und gesagt hat, hey, was meinst du dazu? Und der Prophet hat ihm gesagt, mach, was sein Herz begehrt. Aber noch in der gleichen Nacht hat der Propheten Traum gehabt. Und der Traum war folgendes. Es geschah in derselben Nacht, da erging das Wort des Herrn an so an Nathan. Geh hin und rede zu meinem Knecht David. So spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten herausführte. Bis zu diesem Tag. Sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Wo ich auch umhergezogen, wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels, habe ich auch jemals ein Wort geredet zu den Stammeshäuptern Israel, denen ich gebot, mein Volk Israel zu weiden und gesagt, warum baust du mir kein Haus aus Sedernholz? Und so hat der David vom Nathan vernommen, dass er ihm kein Haus bauen wollte. Und das ist der Hammer. Weil der David hat nichts Falsches gemacht. Wenn er Gott einen Tempel gebaut hätte, hätte er auch nichts Falsches gemacht. Und vielleicht bist du auch so unterwegs wie der David. Vielleicht hast du gute Pläne, gute Ideen und die Leute um dich herum sagen, hey, mach's, geh, Gott ist mit dir. Aber das Schöne ist das, wenn du wirklich mit dem Heiligen Geist verbunden bist, dann ist es jederzeit möglich, dass Gott eingrifft und sagt, hey, ich habe noch einen besseren Plan. Und das finde ich so schön beim David, dass er offen war für den besseren Plan. Warum war er offen? Weil er seine Pläne nicht für sich behalten hat und in seinem eigenen Herz begraben hat und dann mit irgendeiner verrückten Idee vorgekommen ist, schau, das und das mache ich. Sondern er hat sein Herz teilt mit einem Propheten, mit einem Mann Gottes. Und der Gott hat zum Nathan geredet. Und der Nathan hat zum David geredet. Aber der David hat in dem Sinne die Stimme vom Herrn erkannt. Und hat Freude gehabt. Und wie ist es weitergegangen? Der Gott hat an David nicht nur gesagt, er solle kein Haus bauen, sondern er hat ihm gesagt, und ich kann das selber lesen, ich lese nicht das ganze Kapitel 7 vor, er hat ihm gesagt, nicht du wirst mir einen Tempel bauen, sondern dein Sohn wird einen Tempel bauen. Und nicht nur das, er hat ihm gesagt, weil du mir ein Haus bauen wolltest, möchte ich dir zeigen, was ich mit deinem Leben machen kann. Und er hat ihm gesagt, ich werde dein Haus, dein Königsthron, in alle Ewigkeit Bestand lassen. Und das war eigentlich immer der Wunsch eines Königs. Dass die Königslinie nicht abbricht. Dass der Sohn des Königs und dessen Sohn und dessen Sohn und dessen Sohn auf dem Thron ist. Und es war immer schlimm, wenn eine Königslinie unterbrochen wurde und eine andere Familie auf den Thron gekommen ist. Und David hatte die Verheissung, dass Gott mit ihm bis in alle Ewigkeit sein wird. Und die meisten unter uns wissen, dass das Wort in Erfüllung geht mit Jesus Christus. Weil David war aus dem Stamm Judah und Jesus genannt ist der Löwe aus dem Stamm Judah. Und er wird zu seiner Zeit in seiner zweiten Wiederkunft kommen und er wird nahtlos anschliessen am König David. Und er wird regieren, auch hier auf dieser Erde, und es wird ein Friedensreich geben. Und der Thron von David wird besetzt sein. Und David ist so gesegnet, weil er ist ein Vorläufer von Jesus Christus. Wie demütig ist unser Gott, dass er so etwas macht. Und David hat die Botschaft von Gott bekommen. Ist ja krass, oder? Nicht du wirst mir einen Tempel bauen, sondern ein Sohn wird mir einen Tempel bauen. Und das heisst er so im Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinem Väter liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leid kommt, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, er soll mein Sohn sein. Und da redet er jetzt vom Salomon. Weil du siehst, wenn er eine Missetat begeht, was Jesus nie gemacht hat, will ich ihn mit den Menschenrute züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Sal weichen liess, den ich vor dir beseitigt habe. Sondern dein Haus und dein Königreich soll ewig Bestand haben, vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Also klare Verheissung auf den Salomon. Und der Salomon hat ja auch Fehler gemacht, wie der David auch Fehler gemacht hat. Und trotzdem ist Gott gnädig gewesen und hat Fehler vergeben und hat gesagt, ich festige dein Haus. Was war denn die Antwort von David auf das riesige Angebot? Eine Pizza. Ihr könnt mal den Namen aufschreiben und herausfinden. Und dann könnt ihr... Ich schaue jetzt niemanden an. Pizza für alle. Der David hat folgendermassen geantwortet. All diese Worte und die ganze Offenbarung teilte Nathan dem David mit. Da kam der König David und setzte sich vor den Herrn nieder und sprach. Stell dir vor, da hast du das Herz von David. Er hat die Botschaft gehört, was ihm der Prophet gesagt hat. Nicht du sollst mir das Haus bauen, sondern ich habe einen anderen Plan, einen grösseren Plan, einen stärkeren Plan. Und der David ist hangesessen vor seinem Herrn. Wie hat euch das ausgesehen? Wo ist er hingeschaut? Und darum ist die Frage, wo, wenn, wie lange triffst du den König für dich wichtig zu beantworten? Weil der David hat einen Ort gehabt, wo er vor dem Herrn hansitzen konnte. Hast du das auch? Hast du einen Ort in deiner Wohnung, an dem Ort, wo du lebst, wo du hingehen kannst und die Herrlichkeit Gottes ist schon da? Das ist ein Sagen. Das empfehle ich dir. Und wenn du treu bist und Gott triffst, täglich, dann wirst du mit der Zeit feststellen. Bei mir ist es zum Beispiel am Morgen. Du kommst an diesen Ort hin, du knindelst nieder, du fängst an Gott Dank zu sagen für den Tag deiner Geburt, fängst ihn an anbeten und du merkst, Sack, die Salbung vom Herrn ist schon da. Gott wohnt in deinem Haus. Und du kannst in diese Salbung hineinlaufen. Du kannst in diese Salbung hineinlaufen. Und der David hat das auch gehabt. Weit vor uns. Und dann kommt ein langer Text, einige Verse und die Zusammenfassung ist die. Der David sagt, wer bin ich her, du mein Herr? Und was ist mein Haus, das du mich bis hierhin gebracht hast? Und dann erzählt der David, was Gott alles für ihn gemacht hat. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Der David nimmt das Angebot von Gott an. Er nimmt es an. Und sagt, okay, ich weiss, ich bin nicht würdig. Ich weiss, alles, was ich habe, kommt von dir. Aber wenn du mich ewiglich segnen willst, dann segne mich ewiglich. Oder? Das sind eigentlich seine letzten Worte. So lasse es dir nun wohlgefällig sein, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewiglich vor dir sei, denn du selbst, Herr, mein Herr, hast gesagt, so möchte ich denn das Haus deines Knechtes mit deinem Segen gesegnet werden auf ewiglich. Hammer. Es gibt auch andere Propheten, die von Gott etwas Grosses angeboten bekommen haben. Ein Jona zum Beispiel, oder? Gang und Predigung auf Niniveh. Ein Mose. Führ mein Volk raus. Es gibt viele Propheten und es gibt auch heute viele Menschen, die von Gott einen Auftrag bekommen, eine Verheissung bekommen. Das ist auch ein Auftrag, was der David bekommen hat. Und ihre Reaktion, nein, nimm einen anderen. Ich genüge nicht. Ja, was ist jetzt demütiger? Der David, der sagt, okay, wenn du mich willst segnen, dann segne mich. Ich bin bereit. Ich strecke meine Hände auf und sage, Herr, da bin ich. Wow. Dein Sagen über mein Leben. Im vollen Bewusstsein ist es von Gott. Oder ist der demütiger, der sagt, ich kann nicht reden, ich habe nichts, ich habe andere Pläne, ich will nicht, ich bin niemand. Ist der demütiger? Nein. Der ist ein Stolzer. Weil der ist schlauer als der Gott, der einen guten Plan hat für dein Leben. Verstehen Sie, das Wesen der Demut bedeutet nichts anderes, als dass du dich im Licht Gottes siehst. Dass du dich so siehst, wie Gott dich sieht. Und wenn Gott dich segnen will, dann strecke deine Hände aus und sage, da bin ich. Da bin ich. Danke, 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 danke für dein Sagen. Amen. Und weisst du, dass Gott dich segnen will? Dich, 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 uns alle. Weisst du das? Dann kannst du jetzt die Hände in die Luft strecken und sagen, danke, Herr, dass ich mich segnen will. Da bin ich. Segne mich. Segne mich. Halleluja. Oh ja. Was für eine Haltung. Wow. Jetztig möchten wir darüber reden, wie der David das Herz von Gott berührt hat, was überhaupt dahinter ist. Und wie wir, wie du und ich, das Herz von Gott und auch von Menschen berühren können. Und da habe ich jetzt einmal eine Frage. Out of the box. Die Frage beschäftigen viele Menschen, wie ist Gott? Wie tickt Gott? Wie tickt Gott? Und meine Frage an dich ist, kannst du das Zweite, das Dritte reden, wenn du herausfinden willst, wie Gott tickt, was kannst du machen? Wie kannst du das erforschen? Frage uns alle. Können Sie auch drei rufen, ja? Zeit mit Gott verbringen. So lernt man ihn kennen. Bibel lesen, beten, anbeten, machen, was man gehört. Ich mache mich richtig glücklich. Gehorsam sein. Kopieren. Ich mache mich richtig glücklich, weil ich werde euch überraschen können. Einfach dreinrufen. Sagen. Einfach beten und warten. Beten und warten, ja. Mhm, 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 mhm. Alles stimmt, was ihr sagt, aber ich habe noch etwas anderes. Das Leben von Jesus anschauen. Das Leben von Jesus anschauen ist ein super Ratschlag. Ich habe noch etwas, was viel naheliegender ist. Ich gebe den Rest der Welt. Also, ich nehme es auf. Nehmen wir es auf. Was gibt es noch? Was kann man noch machen? Gott suchen. Gott suchen. Du kannst, du kannst überraschend... Was sagst du? Im Auftrag leben. Du kannst auf dich selber schauen. Weil, wenn du wissen willst, wie Gott tickt, kannst du dich selber anschauen. Hast du auch mal daran gedacht? Weil du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und ich habe im Briefing den Satz gemacht, der natürlich nicht stimmt. Aber es stimmt schon ein bisschen. Wenn ich jetzt sage, Gott ist auch nur ein Mensch. Natürlich stimmt es theologisch nicht. Aber wo Gott dich geschaffen hat, wo Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, lasst uns Menschen machen. Eloi, Mehrzahl, Vater, Sohn, Heilige Geist. Lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild uns ähnlich. Und was ist rausgekommen? Ein Adrian, ein Louis, ein Daniel, eine Monika und so weiter. Und jetzt schaut euch mal an. Schaut euch mal an. Drehen, dann machen wir mal die 180 Grad Träge. Und schaut einander an und sagen, okay, wenn du willst wissen, wie Gott tickt, schaut euch an, ja, also einander, dann schaut es gegenüber an, schaut dich an und du weisst, wie Gott tickt. Gewagte Aussage, oder? Was steht uns dazwischen? Natürlich der Fall des Menschen, ist ja klar. Wir haben uns von Gott entfernt und wir sind ein schlechtes Ebenbild worden von Gott. Wir haben auch viel Böses in uns. Wir haben vieles, was Gott überhaupt nicht widerspiegelt. Ist ja klar, oder? Und dennoch ist die Schönheit von Gott immer noch auf dir. Und dennoch ist die Schönheit von Gott immer noch da. Und ich garantiere euch, die Natur hat einmal anders ausgesehen. Immer wenn ich durch den Wald gehe, schaue ich so auf den Boden und denke, also das hat Gott doch nicht so gedacht. Das ist ja alles so braun und dreckig am Boden und so. Das ist sicher alles farbig gewesen. Das ist wunderschön gewesen. Alles ist schön gewesen. Aber selbst unsere Schöpfung, die gefallen ist, ist immer noch wunderschön. Wunderschön. Selbst wenn sich Tiere gegenseitig auffressen und wir alles ausbieten und alles drum und dran kaputt machen und die Bosheit regiert, trotzdem können wir sagen, es hat immer noch einen Rest von Schönheit in uns. Amen? Gut. Also das ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn du willst wissen, wie Gott tickt, dann darfst du auch einfach auf dich schauen. Und da komme ich jetzt eigentlich zum Punkt, wie du das Herz von Gott und von Menschen berühren kannst. Und David hat eben das Herz von Gott so sehr berührt, so sehr berührt, dass Gott sein Herz nachher noch mehr berührt hat. Und David hat sein Herz nachher wieder noch mehr berührt. Weil was war die Reaktion von David, als er sah, dass er keinen Tempel bauen durfte. Er hat das akzeptiert. Er hat nicht gemäulet. Und er hat seinen Sohn Salomon vorbereitet. Und das heisst in der 2. Chronik dann, in der 1. Chronik 22, dass David sagt, hey, schau, mein Sohn Salomon, mein Sohn, er ist noch zart und er ist noch ein Knab. Er wird eine grosse Aufgabe haben, er wird uns einen Tempel bauen. Lass uns jetzt einen Vorrat anlegen für den Sohn, für meinen Sohn. Dass er eines Tages den Tempel bauen kann. Und David hat angefangen zu sammeln, sammeln, sammeln. Und nur eines müsst ihr in. Er hat zum Beispiel 100'000 Talente Gold gesammelt. Und ich habe das ausgerechnet. 36 Kilo mal 100'000 sind 3'600 Tonnen Gold mal 47'000 sind 170 Milliarden nach dem heutigen Stand. Hat er einfach mal Gold auf die Seite getan. Silber hat er 100'000 mal 100'000 Talente auf die Seite getan. Also es gibt glaube es 193'000 Tonnen Gold auf dieser Welt. Also es ist ein Kubus 20 auf 20 mehr. Das gibt nicht so viel Gold. Das gibt nicht so viel Gold. Bist du glücklich, wenn das Freneli ist oder irgendetwas. Es gibt nicht so viel Gold auf dieser Welt. Aber ein grosser, grosser Betrag hat der David für seinen Sohn auf die Seite getan. Und er hat Holz auf die Seite getan. Er hat Silber auf die Seite getan. Er hat alles auf die Seite getan. Er hat Pläne empfangen, wie der Tempel so aussehen soll. Und er hat seinem Sohn David alles gegeben. Was für ein Vater. Wo am Sohn nicht einfach sagt, okay, ich habe jetzt keinen Tempel bauen, aber du wirst es schon irgendwie auch nicht kriegen. Nein, sein Herz ist mit ihm. Und er leitet ihn in die Wege in die Ordnung von Gott. Was ihm erlaubt, ist, macht er. Meinst du, hat das Gottes Herz berührt? Einmal mehr hat es den Vater berührt. Dass der David einfach sein Besten wird. Einfach sein Besten. Halleluja. Und das ist eben genau der Punkt. Der David hat wollen wissen, wie es Gott geht. Schon mal überlegt? Das ist der Kern von David seinem Herz. Er wollte wissen, wie es Gott geht. Und das hat Gott so gewaltig berührt. Das ist eine banale Aussage. Und du merkst, Gott und Mensch kommen sehr nahe zusammen. Es ist so fein und Gott ist da, der Mensch ist da. Aber es kommt sehr nahe zusammen. Und ich möchte dir etwas über den Charakter von Gott offenbaren. Wer kann sich erinnern, wenn du nachdenkst, wann hat letztes Mal etwas richtig mein Herz berührt. Richtig. Richtig tief. Wann ist es richtig tief gegangen? Ich glaube, da hat jeder irgendeine Erfahrung. Vielleicht müssen wir die einen länger nachdenken, die anderen weniger. Aber ich will dir helfen. Vielleicht bist du ein Mensch, der gerne gibt. Vielleicht bist du ein Mensch, der wirklich offene Arme hat und es dich nicht scheut, anderen Menschen zu geben. Und vielleicht hast du schon mal erlebt, dass jemand ganz unerwartet sich plötzlich um deine Bedürfnisse gekümmert hat. Was du gar nicht erwartet hast. Und genau so ist es Gott gegangen. Mit David. Weil Gott hat einfach gegeben. Er hat gegeben. Er hat David gesegnet, gesegnet, gesegnet. Und so macht er das auch mit dir. Er segnet dich, er hilft dir da, er hilft dir dort, er bringt seine ganze Engelsherrscher in Stellung, er ist überall um dich oben, unten, links, rechts, überall da. Und plötzlich denkst du an und sagst, wow, das macht Gott alles für mich. Gott, was kann ich dir zu liebtun. Und du fängst dich an einloggen in die Bedürfnisse von Gott. Verstehst du den Punkt? Ist das nicht krass? Das ist das, was David gemacht hat und das hat Gottes Herz berührt. Und das berührt unser Herz so sehr. Es passiert immer wieder, auch in meinem Leben oder in unserem Leben, dass wir überrascht werden, obwohl wir Geber sind und meistens wenn ich bin, bin ich am Geben ich bin am Asteilen ich mache und tue aber immer wieder passiert es dass Menschen in unser Leben reinkommen und beng und den ganzen Spiess umdrüllen und wir sind da und die Beschenkten total unerwartet und sagen wow wow und das ist absolut gewaltig Ich bringe euch drei Beispiele Die Ereignisse in unserem Leben sind einzigartig und ich kann mich an die noch erinnern Es passiert nicht sehr oft aber es passiert regelmässig und immer wieder und es passiert so sehr dass mein Herz berührt wird eins ist mega weit zurück eins ist ein bisschen weit zurück und eins war gerade heute Morgen etwas kleines bringe euch drei Beispiele und dann wirst wahrscheinlich sehen dass das in deinem Leben auch passieren ist oder dass du jemand bist der andere Herzen schon berührt hat und das ist mega stark vor jahre 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 erinnern ist doch der iPod mal raus gekommen wer kann sich an ersten iPod erinnern ist so weiss gewesen oder ein riesen teil und extrem teuer das maio jungen jungen geschäftsmann und der hat sich immer das neuste zu kauft das ist seine sache sie sind in gadgets immer das neuste hat er gehabt dann und ich habe mich regelmässig mit ihm getroffen dann lädt er mich zu nacht ein und voller stolz leitet mir ein Paket hin und Hansjörg das ist für dich ich mache das auf er schaue meinen verwunderten blick ich nicht mal gewusst wo es ist das ist so neu das ist ein ipod das ist die zukunft ich bin mir kaufen gegangen und dann sagte er wie hätte ich mir einen ipod kaufen ohne dass ich meinen pastor auch einen bringen ist das nicht krass war das hat mich so berührt dass ich heute weiss wie alt ist der ipod 15 krass das ist der david moment im leben von gott im leben von gott wo der david zu gott sagt gott was kann ich für dich machen du wohnst im teppich und wie habe ich es wow so tief war eins ist noch nicht lange zurück vor einem halben jahr kommt jemand wo ich investiere und die hat einen tag frei kann ich bei dir im haus etwas schaffen kommen unglücklich tanita war der ganze garten wieder mal im umstechen und der projekte und er ist gartenbauer und er kam und hat einen tag lang geschuftet 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 für uns hat mein Herz so berührt heute morgen mache ich das Handy auf und wir konnten jemand segnen hat jemand Geburtstag und wir als Familie etwas geschenkt ein Erlebnis ermöglicht und ich wusste er super dankbar und alles drum und dran aber heute morgen wo ich mein Handy aufmache sehe ich ein Voicemail von dieser Person und dann denke ich okay ich komme morgen früher habe ich nicht so Voicemails von ihm aber hoffentlich ist alles in Ordnung und ein riesen Dank er wieder megaschön total unerwartet also ich hoffe du bekommst ein Bild über was es geht wie David es geschafft Gottes Herz zu berühren er hat sich um ihn kümmert halleluja berühr Gottes Herz indem du dich um Gottes Bedürfnis kümmerst ist das nicht arrogant dass wir Menschen können uns um Gott kümmern ist das nicht unmöglich dass du Gottes Herz berühren weil du etwas für ihn machst alles für dich gemacht hat mit diesen Beispiel ich dir sagen es ist nicht unmöglich Gott ist so Gott ist ein Vater und er lässt sich berühren von dir du hast die Möglichkeit Gottes Herz zu berühren indem du dich um ihn kümmern habe ich mir natürlich überlegt wie es dann bei Jesus war auch Jesus der hat den ganzen Tag nur gegeben der hat doch ausgeteilt von A bis Z wie eine ausbreite Zitrone jeder hat etwas von ihm wählen und wenn er nicht mögen haben es auf ihm gestampft dass der letzte Tropfen raus gekommen ist weil jeder hat irgendetwas von ihm wählen Amen ist es so oder ja fällt euch oder kommt euch irgendeine Stelle in Sinn in der Bibel wo eine Person Jesu Herz berührt hat weil die Person sich um das gekümmert hat was Jesus hat wollen was ihm gut tut ich bin auch auf die gekommen ja einer von den 10 Aussetzung die zurück kam danken der hat gesagt du bist nicht nur gerettet du bist nicht nur geheilt du bist sogar gerettet ja lasst uns jetzt die Geschichte ansehen in Markus 14 1 bis 9 wo genannt wurde ist Jesus hat das auch gehabt stell dir vor unser mächtige starke Jesus und das ist unser Gott er ist wie du und ich und dich berührt es Gott berührt es er macht sich schwach er macht sich verletzlich und du kannst Gottes Herz berühren bevor ich das lese noch eine andere Geschichte ich schon mal gesagt a ein Freund Fahre wir durch die schönste Landschaft durch und plötzlich fängt er an ausrufen Gott wir gratulieren dir für die schöne Schöpfung fängt an zu klatschen und ich denke er wirst er wer sind wir dass wir Gott gratulieren oder hast vielleicht auch den Gedanken gehabt aber überleg dir mal wenn dein Kind zu dir kommt und du malst eine wand weisse an oder irgendetwas machst oder du spielst ein Lied dann kommt so ein kleiner Knopf und sagt ich gratuliere dir für die schöne weisse wand die du gemalt hast das berührt mein Herz Amen und jetzt lass uns Geschichte anschauen von dieser Frau Markus es ist witziger weiss in drei Evangelien drin das hat einen Grund es ist wirklich eine Stelle wo du fast nicht drum reinkommst wenn du Bibel liess du wirst auf diese Stelle stossen es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten wie sie ihn mit List ergreifen könnten sie sprachen nicht während des Festes damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht und als er in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war zu Tisch saß da kam eine Frau mit einem Alabaster Fläschchen voll Salböl echter kostbarer Narde und sie zerbrach das Alabaster Fläschchen und goss es auf sein Haupt es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können und sie murrten über sie Jesus sprach lasst sie warum bekümmert ihr sie sie hat ein gutes werk an mir getan denn die Armen habt ihr alt seid bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun wann immer ihr wollt aber mich habt ihr nicht alt Zeit sie hat getan was sie konnte sie hat meinem Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt wahrlich ich sage euch wo immer dieses Evangelium verkündet wird in der ganzen Welt da wird man auch von dem sprechen was diese getan hat zu ihrem Gedenken das hat Jesus von niemand anders gesagt ausser nur von dieser Frau weil sie hat sein Herz berührt Amen sie hat sein Herz berührt alle anderen haben etwas von Jesus wollen mach mir das hilf mir das heil mich das du kommst für das hin und diese Frau hatte Gnade dass er sich in Jesus einloggen und sie hat sein Bedürfnis gekannt und sie hat ihn gesalbt für sein eigen Begräbnis und alle anderen haben etwas von ihm wollen das berührt das Herz von Gott ist das nicht gewaltig ist Gott nicht nur auch nur ein Mensch Verstehst du meine Aussage natürlich ist er Gott aber er hat dich in seinem Ebenbild geschaffen und wenn es dich berührt dann berührt es Gott und das gibt es Erbrechlichkeit von unserem mächtigen Gott der so weit getrieben hat dass er sogar Mensch geworden ist damit er wieder Gemeinschaft mit dir und mir haben unser Vater ist absolut gewaltig und wir können sein Herz berühren du kannst sein Herz berühren und das ist ist das nicht gewaltig absolut gewaltig jetzt wie kannst du Gottes Herz berühren was ist der Wunsch von Gott was ist der Wunsch von Gott was sehnt er sich an unser Gott Vater er sehnt sich an Beziehung zu er sehnt sich an dass wir uns hin geben und ihn lieben Jesus sehnt sich an dass sein Blut das er vergossen hat der Schmerz den er nicht bei dir stehen bleibt sondern raus geht und macht zu Jünger alle Nationen ich habe den Preis bezahlt ich habe mein Werk abgeschlossen ich lege sie in Hände sind fleissig bringen das Evangelium raus das ist sein Wunsch Jesus hat die Not gelindert er den Armen gedient das ist sein Wunsch er sagt was er einem von denen geringer getan das haben wir getan ja was bedeutet das bedeutet das vielleicht jetzt der Moment ist wo du alles auf den Kopf stellst und deine Prioritäten neu ordnest und dich fragst was will eigentlich Gott bis jetzt ist in deinem Leben wahrscheinlich zu 80 bis 90 Prozent rum gegangen was du eigentlich willst Amen es ist normal so dick Menschen und darum ist David auch der Mann nach dem Herzen Gottes und jetzt ist deine Chance um Prioritäten neu zu ordnen ich gebe dir nur mal ein Beispiel für ein Ehepaar ich meine wie viele Ehepaar und da betet dass sie den richtigen Partner finden sie sind dankbar wenn sie ihn gefunden haben und sie haben grosse Ideen dass sie zusammen mit ihrem Ehepartner Gott dienen sie bringen es kaum auf dreien einmal in der Woche eine ernsthafte Gebetszeit zusammen haben stimmt das ist das Problem wie berührt das Gott wenn du sagst hey Gott hat mir meinen Ehepartner gegeben und Gott sehnt sich nach Gemeinschaft das bedeutet doch für mich wow ich ordne meine Prioritäten neue wie hat das mein Herz berührt als letztes Kind kam und gesagt Papi ich möchte mit dir wieder Zeit verbringen mit Gott zusammen kommen wieder abmachen am Samstag morgen wow ich fliege mir kommen fast Tränen das berührt mein Herz das berührt Herz verbrauchen aus ich habe auch geschlechtsverkehr miteinander das 2 3 danke Gott du hast uns zusammen geführt wir gehören zusammen das ist unsere Ehepartner das ist Kraft und du machst es nicht einfach weil es richtig ist oder wenn du denkst ja der hat das gesagt oder du machst es weil du weisst das berührt am Vaters Herz darum komme ich jeden Morgen zu Gott und sage, Vater, ich danke dir für den Tag meiner Geburt ich weiss, dass der Hiob den Tag seiner Geburt verflucht hat und darum sage ich Gott danke für den Tag meiner Geburt und der Vater freut sich und ich sehe sein Lächeln und ich spüre seine Berührung ich kann ja nicht in alles hineingehen als Person als Einzelperson als Ehepaar oder als Einzelperson was sind deine Prioritäten für was bist du bekannt was ist die Spur, die du hinterlässt vielleicht hast du jetzt gehört vier Generations aha, jetzt hat er wieder mal eine crazy Idee aber du prüfst es und sagst, ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei ich plane die nächsten 15, 20 Jahre so dass ich Generationen aufbauen und wenn es vielleicht im ersten Jahr im zweiten oder im dritten Jahr und du sagst, Vater, ich habe es verstanden mache zu Jüngern alle Nationen und ich bin dabei und du fängst an überlegen wie du dein Leben neu sortieren kannst und fängst neue Prioritäten anzusetzen das berührt am Vater sein Herz Ressourcen zur Verfügung stellen Zeit, Geld, Wissen alles was du hast das berührt am Vater sein Herz aber weisst du nicht einfach aus einem Pflichtbewusstsein heraus man müsste doch und ich sollte und ich will das auch noch machen sondern der David hat Gott will aus dem reinsten Herz einen Tempel bauen weil er es nicht ausgehalten hat dass er unter einem Teppich wohnt wo er doch in so einem schönen Haus wohnt und das ist die Herzenshaltung und so berührst du natürlich auch das Herz der Menschen wenn du anfängst Menschen die in deinem Leben Geber sind ich denke an deine Eltern die dir das Leben gegeben haben vielleicht an Familien an Ehepartner an Geschwister vielleicht Leute aus der Kleingruppe oder deine Mentoren Menschen die sich dir hingehen wenn du nicht einfach ein Sauger bist und empfangst sondern wenn du plötzlich sagst okay ich habe zwar heute Geburtstag aber ich rufe meine Mutter an und gratuliere ihr zum Geburtstag weil schliesslich auch sie dich ja geboren wieso feierst du dich überhaupt klar du darfst dich feiern weil ich sage auch danke für den Tag von meiner Geburt aber ich will euch nur eine Idee geben was das könnte heissen und wie das könnte aussehen dass der Blick weg von dir kommt zu denen die dir Wert ins Leben geben und da sind wir wirklich total total beim Charakter von Gott ich habe geschrieben sie sind grosszügig weil du kannst Gott nicht überbieten im Philipper 2 heisst es jeder soll den anderen höher achten als sich selber und was mich wirklich einmal mehr vom Sockel hält das sage ich extra vom Sockel weil ich komme immer wieder auf den Sockel und Gott hält mich immer wieder vom Sockel wie der Paulus vom Essel was mich vom Sockel hält ist Gottes Demut schau mal der David wollte Gott ehren und er hat gesagt ich baue ihm ein Haus weil er wohnt im Teppich und was hat Gott gemacht er hat gesagt David danke vielmal aber weisst du was ich baue dir ein ewiges Haus ist schon ein bisschen schwieriger geworden für den David die jetzt etwas machen alles was er machen konnte ich nehme es an danke für den Sagen aber in der Hinterhand hilfe ich meinem Sohn am Salomon damit er kann den Tempel bauen wo Gott ehrt und so hat ein der andere um er überboten sogar Gott überbietet dich in dem wenn du ihn ehrst ehrt er dich noch mehr und nochmal es ist nicht aus Pflichtbewusstsein es ist nicht ein Game es ist nicht etwas was du kannst machen sondern Gott schaut aufs Herz aber wenn du die Herzenshaltung hast dann wird das so ein Segen auslösen in deinem Leben und du wirst so grosszügig sein und du wirst feststellen du kannst in deiner Grosszügigkeit Gott nicht überbieten wenn du aus einem reinen Herz grosszügig bist weil du gehst und gehst und machst und tust und gehst und gehst und machst und tust und loslässt und weitergehst und dich frohst am Sagen vom Anderen du bist nicht auf der Strecke bleiben weil du wirst Gott nicht überbieten in deiner Grosszügigkeit Halleluja Philippa heisst so macht meine Freude völlig indem ihr eines Sinnes seid gleiche Liebe habt einmütig und auf das eine bedacht seid tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst jeder schaue nicht auf das Seine sondern auf das sondern jeder auf das des Anderen denn ihr sollt so gesinnt sein wie es Jesus Christus auch war Hammer ja meine Lieben das ist wirklich die Lektion die ich aus dem siebten Kapitel 1. Samuel rausgenommen habe o die vor ist zu sch die das das